Ja, ja, das ist klar. Wie? Boah, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wie? Wie? Schafft man das, dass... Ne. Der rollt sofort wieder runter. Oh mein Gott. Natürlich macht man das so. Oh. Ich würde jetzt gerne mal die Kamera etwas um... drehen. Oh. Ja, ein Troll. Wieso denn nicht? Alle mögen doch Trolle. Hey! Maru! Oh. 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 So? Oh. Hey! Nein! Ja. Ja. Gut. Nächste Frage. Das sieht geil aus. So. Ach! Der Troll ist wieder da. So, jetzt muss ich nur daran denken, dass der eine vorne ist und der andere nicht. Das bedeutet, ich darf den nicht loslassen, aber den anderen schon. So. Okay. Nicht gut. Gut. Ach, da kommt der Troll nur. Na? Der ist so nett und hilft uns. Ja. Ja. Das ist ein netter Troll. Und mal kein... Getroll... Le... Oh. Okay. 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 Cool. Sau cool. Hallo. Hallo. Komm hoch. So, hier brauchen wir bestimmt auch nochmal den Troll. Ich stürze ein bisschen, dass man sich nicht ganz drehen kann, aber... Ich glaube, es ist Absicht. Ja, ja. Hallo. Oh. Gut, gut. Du kannst schonmal weiterlaufen. Du kommst hier hoch. Also, man hat wirklich bei diesem Spiel nur einen Interaktions-Button. Und die beiden Analog-Controller, die halt dann das Ganze steuern. Was... Sau mäßig cool ist. Hallo. Gehst du den Träumer aus dem Weg? So. Okay. Ich glaube, über das Wasser ist nicht so klug... Okay. Das doch. Ich dachte jetzt, dass der kleine Junge Panik bekommt. Wegen dem Wasser, weil seine Mutter ja im Wasser gestorben ist. Nein. Warte. Das bedeutet, du musst hier rein. Und du musst hinten drauf. Weil... Oh ja! Wenn der Kleine ja... ...nicht schwimmen kann... ...oder nicht so gut schwimmen kann. So. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Huhu. Was haben wir denn hier? Gut, gut. Ja, das ist etwas größer. Größer. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Okay, ich versuche das erstmal mit dem einen. Gut. Und jetzt mit dir. Perfekt. Komm. Okay. Gut, gut. Gut. Ja. Gut. Ach so Jetzt müssen wir hier durch das Labyrinth laufen Dürfen wir ihn anecken Oh Ja wieso nicht So du musst nach da Also wir dürfen scheinbar anecken Ist ja sonst glaube ich auch etwas schwer So Ich weiß nur noch nicht mal Ach So Na klar Boah Spiel ist schon geil Es macht richtig Spaß Wenn man nicht wieder Probleme hat Mit den rechts und links Da Atau Okay Okay Gut Dann hier Weiter Und Das durch So Alles ist gut Solange wir kein Zeitlimit haben Ach Und ich mich nicht mit den Personen vertue Das geht Das geht richtig Das geht mir richtig auf den Senken manchmal Also die beiden Personen zu steuern ist Sauschwer Ja Finde ich zumindest So Komm hoch mit dir So ja 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 Jetzt müssen Jetzt musst du Aha Du musst also jetzt da Dranspringen Damit er Hier hoch Kann Gut Perfekt Oh Guck mal Da unten sind Trolle Ja Tolle sogar Ich glaube wir gehen mal kurz hier runter Und gucken mal was hier los ist Okay Hast du hier gefingen Okay Gut